Oh hallo, wer sind sie denn? Kann ich ihnen helfen? Ja gerne, wie wollen sie mir denn helfen? Und Michi? Tim? Michi bist du's? Ist richtig schön der Vatersohn-Moment jetzt. Ganz knapp, ganz knapp! Alter! Warte mal, ich glaube ich sterb gerade. Tschüss Michi. Guck mal dahin Michi, das ist so ein geiles Wetter dahinten. Was hast du denn da in der Hand? Das ist ein Stück Schokolade. Willst du ein Stück? Ja komm, nimmst du den Mund hier, musst du abbeißen vorne. Oh! Schmeckt komisch irgendwie. Da kommt einer, wer ist das? Boah, Alter! Dieser Auftritt wieder, großartig. Ich bin ein nicer Biker. Wollt ihr noch was krasses sehen? Das sieht gut aus Fabian. Jetzt einfach nur wollen. Kommt so tief rein. Genau, ganz entspannt, ganz entspannt und abbremsen. Nice. So, rennt nicht vorne in den Rotor rein, ne? Oh, Alter! Alter! Selber Schuld! Hey und Willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von G&L Online zusammen mit Max Tavos, Safi und Fabian. Hallo! Safi ist heute quasi das allererste Mal bei uns hier bei den Rebel Cowboys dabei, deswegen dachten wir uns, ihn können wir doch eigentlich zuerst mal einkleiden. Max, pass ein bisschen auf mit deinem Rücken. Du stehst irgendwie grad schon mit deinem... Ich glaube, ich kann auch nie wieder weg. Ich glaube, Fabian muss ein Stück zurückfahren. Oh, Alter! Danke, danke. Max? Können wir da gar nicht mit rein? Ne, können wir nicht. Hä? Hä? Das kann nicht sein! Hä? Doch jetzt! Nein doch, doch! Ich sehe hier ehrlich gesagt auch keinen fünften Platz. Fab, pass auf, bring du Safi jetzt ein Bekleidungsgeschäft und wir kommen dann nach. Danke! Wir haben viel Erfolg, ne? Viel Spaß! Ne, was war das denn? Warte? Ey, was war das? What the fuck? Ach du Scheiße! Ich hier im Heft im Tod, Alter! Oh, ja, alles gleich ein Hacker, 100 Pro, oder? Das war aus dem Nichts, Alter! Hat er unseren Helikopter auch kaputt gemacht? Ja, na klar! Safi, war aber schön, dass du kurz dich beworben hast bei den Rebel Cowboys. Wurde leider abgelehnt. Ja! Alter! Ey! Oh Gott, Alter! Was ist das für ein Alien? Schick ihn zurück in den Himmel! Ah! Willkommen auf der Erde! Was ist das für geile Outfits? Kennt ihr das schon? So leuchtende Alien-Anzüge? Das darf ich nicht so anziehen. Mega lustig! Ich hätte jetzt so gern meinen Taser. Ich würde das Elf jetzt so krasse Experimente mit dem Alien machen. Es brennt! Ich hab's eingefangen! Halt es fest, Michi! Halt es fest! Oh Gott! Oh Gott! Schnapp ihn dir, Michi! Du musst ihn dir holen! Du musst ihn holen! Wir werden mich sonst töten! Jaaaa! Biki, du hast mich gerettet, Alter! Vielen Dank! Ihr werdet mich niemals kriegen! Keine Saute! Fab, fliege jetzt mal mit Safi los! Wir treffen uns bei Pegasus und dann kleiden wir ihn jetzt schön rein! Tschüss! Ach scheiße! Jetzt hast du nicht ernst, dass ich das selbe wieder gemacht habe! Wahrscheinlich deswegen greifen, oder? Tschüss Jungs! Tschüss! Oh, gut rein! Das ist jetzt einfach nur unten droppt! Haha! Hey! Hat doch geklappt! Okay, alles klappt! Ruppe, hüpf rein! Endlich weg von diesem Teufelsberg, Alter! So! Leute, es wird jetzt eine etwas ruppige Landung! Schönerle, germ! Ja, ralax! Und... Uuund! Uuund! Ohaauuuuund! Das ist stark noch was! Geiler Move! Wie gesagt! Wie macht ihr das vielleicht reserviert? Heee was geht? Oh Gott! Ja, können wir Klamotten kaufen gehen? Ja, dann lass uns mal shoppen gehen jetzt! Ey! Hey, wer hat mal einen Helikopter geklaut? Fertl ist im eigenen Flug Fertl kannst du vielleicht mal fragen, der ist nicht auf deinen Namen versichert, ne? Die jetzt einfach auch nichts mehr sagt Meist bitte nicht Der ist nicht auf deinen Namen versichert Oh, Alter Wir wollten jetzt aber trotzdem noch kurz Michi mal einkleiden Deswegen, warte auf, ich ruf mal kurz Lester an So, das klingelt Okay, lass uns jetzt shoppen gehen, jetzt hat keiner mehr Sterne Ja, ja, genau, kommt mal alle rein, kommt mal alle rein Okay, warte für noch einen Weg, noch einen Weg Jungs, mögt ihr mal kurz schauen, was haltet ihr davon? So ein weirdes Ganzkörperkondom? Finde ich geil, wo gibt's denn hier diese Alien-Anzüge, die ich da vorhin gesehen habe Wo hast du den her, Fab? Alles klar, danke fürs Gespräch Lass mal alle diese Alien-Anzüge holen Und dann kommen die Schwänze zurück als Alien, Alter Ähm Ich hab die Alien-Sache gefunden Ja, wo? Outfits Nummer 48 Arena-Wall Ach, man kann ihn aber freischalten Man kann ihn kaufen, ja Ich hab ihn jetzt für 330.000 aus Versehen freigeschalten Den grünen? Nee, diesen hässlichen lila Oh nein Ach komm, scheiß drauf Ich hab's auch gemacht Ich hab mir was aus Versehen gekauft Oh, Leute, das kann doch nicht angehen Ey, wir haben einen Job gehabt Max, Alter Ich hab' meinen Pferdenanzug an Ich hab' grad 330.000 Euro und so aussehen Wird völlig fertig Max da draußen Ich steig' also völlig frustriert in seinen fetten weißen Hammer ein Mag's mal aufmachen, Max? Ja, Moment Oh Gott Oh Gott Der Polizist fährt... Hä? Hä? Was geht bei ihm denn? Wollen wir hier draus stehen? Die krasse Aliensichtung, Alter Mega der Arme Ich guck' mal, der Polizist da hinten einfach sich die Karre klaut Aber der kriegt diesen richtig gepacken Sehr gut umgepackt Officer Haben Sie sehr gut gemacht Oho! Hahaha! Wie das so aussieht! Diese krasse Alien-Sichtung hier, Alter! Max, lass uns bitte raus! Wie ist das keine Schlauze davon? Boi! Jetzt brauchen zwei Autos! ACHE! Alter! Hier fliegt man so! Hier das da vorne! Hier hier! Rein! Kommt rein! Safey komm schon! Los jetzt! Ok! Und ab gehts! Aber bitte keine Bomben rausschmeißen dabei! Danke. So, dann holen wir jetzt den... Oh, nice. Das hat ja gut funktioniert, weil die Bombenonnen explodiert ist. Danke, Max. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Hör auf. Nein, 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 nein. Jungs, lässt du doch mal einen. Wisst ihr was? Komm mal rein, ihr zwingt mich dazu. Oh, 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 oh. Ey, wir sind ja gut, ne, man. So, ich müsste mir doch jetzt eigentlich auch die Lasergun noch holen können, oder? Hallo, ich bin kein Außerirdischer, ich komme von dieser Welt. Ich möchte gerne menschliche Waffen kaufen. Ich kaufe hier richtig viele Sachen, Mane. Ich habe gerade über eine Million hier ausgegeben. Wenn du dich immer mehr beschwerst, aber auch immer mehr ausgibst. Das kann mit Geld nicht umgehen. Soll ich dir was von... Vorsicht, weg da! Oh Gott, alter Schwede! Oh, ah! Was ist das, Alter? Los, ich komme zu dir. Mann, jetzt muss ich noch mal Anlauf nehmen. Nicht, 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 nicht. Oh Gott, alter. Du fixierst und sagst doch nicht, nicht. Ich will, dass wenn es so beides dunkel wird, wir als Aliens in die Military Base einbrechen können. Ja! Hey! Hey! Nice, nice. Und du? Immer noch mit diesem Scheiß... Nice, Max. Dein Reifen ist vorne auch ein bisschen... Digga, fette Alienverfolgungsjagd! Ist das nicht gefallen, Alter? Ich bin echt gefallen hat, Alter. Ich bin echt gefallen. Ich bin einfach gefallen. Ich bin echt gefallen. Einfach gefallen. Die Zunge ist vorne. Und du hast den Geflogen. Du hast ihn zu ihm. Boah, der hat sich eigentlich abgeholt. Ah, weg da! Oh Gott, das war falsch. Ja, Moment, Moment, Moment. Oh Gott. Alter, wie raus ist Bruder hier. Ich kann ja langsam greifen. Hier, Plan B. Oh Gott. Raus Michi, raus, schnell. Oh Gott, oh Gott. Nein, Michi, Michi. Oh, ganze Scheiß, ganze Kinn aufgeschraubt, Alter. Oh, Alter, Tarros. Tarros, überlebt das, überlebt das. Nein, 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 nein. Oh, Alter, was hat das denn? Was ist das denn? Der Hammer da, der angeflogen kam. Boah, das bin ich, Mann. Das bin ich, Mann. Jetzt nichts anmerken lassen. Wir sind nur ein paar ganz normale Aliens vom Planeten U-Blob, Alter. Das ist Lindsey, 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 Lindsey. Oh, was... Das ist... Seve... Seve... Savi... Dech... sonst... ... Könnt ihr ganz kurz auf die andere Seite gehen und auch lasst es regnen aussehen und bitte alle gleichzeitig. Soll ich euch mal einen Kartentrick zeigen? Hier ist eine Münze. Achtung drauf, Achtung. Und weg. Münze hier, Münze da, Münze weg. Den, 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 den. Das ist nice. Jetzt ist Selfie so ein 80er Jahre. Oh boy, Alter. So ein Astro-Boy. Selfie ist Astro-Boy und wir sind die Aliens, auf die er getroffen ist. Michi, ich hole mich dir jetzt an. Ich mach ein paar Experimente mit dir. Ganz ehrlich, Leute? Everybody was Kung-Fu-Fighting. Und das ist ja großartig. Weißt du, was du jetzt machst? Machst du mal eine nice Cinematic raus und wie wir alle in Reihe so einen nice Ruf machen. Gut, stellen wir uns alle in der Reihe auf. Michi in der Mitte. Michi ist jetzt offiziell Mitglied der Rebel Cowboys. Wer kommt denn da vorne? Das war kein Mitglied. Was guckst du, Alter? Rebel Cowboys in 3, 2, 1...